Man wird hier empfangen, man wird angesprochen, ich zum Beispiel habe gerade ein Namensgedächtnis. Aber wenn ich hier reinkomme, kennt jeder meinen Namen, was ich ja schon sehr fast wie gut empfinde. Und so geht es eigentlich weiter. Man wird wirklich persönlich weitergegeben. Nicht einfach durchgereicht, gehe mal da hin und warte da, sondern man kommt hier rein, hat seinen Termin. Wenn es unheimlich schnell geht, kommt man gerade rein, wird gleich empfangen und geht hoch zum Termin. Das Zeit wird hochgebracht. Wenn es schlecht läuft, geht man ins Wartezimmer, was nicht aussieht wie ein Wartezimmer. Und drei Minuten später wird man abgeholt und zur Behandlung gebracht. Also besser geht es nicht. Das Zeit wird hochgebracht.